Der größte Skandal der Musikgeschichte kommt in die Kinos mit Frank Farian bzw. Matthias Schweighöfer als Frank Farian. Der ist heute hier und er kennt sich natürlich bestens damit aus, was es bedeutet, mit Playback zu großem Erfolg zu kommen. Und da haben wir uns gedacht, ein kleines Spiel an dieser Stelle überlegen wir uns jetzt hier. Lukas, erklärst du kurz, worum es geht? Das Gute ist, es tut nicht weh. Du musst erstmal nur raten, wir werden uns Songs aussuchen aus der Zeit von Milli Vanilli. Irgendwelche großen Hits aus dieser Zeit, die bekommt einer von euch aufs Ohr und muss dann mitsingen ohne Töne, also nur die Lippen bewegen. Die anderen beiden dürfen dann raten, welches Lied da läuft und gesungen wird. Wie, also nochmal ganz kurz, da macht jemand einfach nur... Karin, genau, Karin macht gleich genau das, was du gerade vorgemacht hast. Wir sind jetzt im Team und erraten, was Karin da auf dem Ohr hat. Ich kriege es hier durch dieses kleine Teil im Ohr. Wie soll man das denn schaffen? Das sind 80er Jahre jetzt. Lippen lesen, das kriegen wir hin. Aber Milli Vanilli, hast du die damals noch gefeiert? Also die Mauer ist gefallen, 89, ich komme ja aus dem Osten. Ich glaube, die Wiedervereinigung war da ein bisschen interessanter für uns an dem Zeitpunkt. Für dich vielmehr. Ich fand sie ja wahnsinnig sexy. Ja? Die Wiedervereinigung. It's a tragedy. Wir fangen einfach mal an. Karin, du bekommst den ersten Song aufs Ohr und ihr beide ratet. Auf den Platz, dann werde ich los. Ohne Töne, Karin. Ich mach gar keine Töne. Psst. Weiter. I live forever. I live forever. I wanna live forever. Wie heißt der Song? Keine Ahnung. Hier, guck mich an, guck mich an. I wanna live forever. Forever and ever? No. Yes. Yes, no. Yes. Es ist auf jeden Fall ein sehr schöner Song, den du da singst. Und so klingt er. Es ist Alphaville. Oder weg. Forever young. Forever young. Komm, einen darfst du noch, Karin. Einen noch? Ich? Ja, du machst das los. Okay, auf geht's. Keine Pantomime hier. Achso. Ja, das ist absolut korrekt. Ist das ein deutscher Song? Das ist ein deutscher Song, ja? Ja, es sieht so aus. Aber man sieht das so ein bisschen auch am Zackigen. Das ist kantiger. Also, der Beat ist auch eher... Also, ohne Pantomime? Jetzt komm nicht hin. Halb mal. 135. Nein, nein. Okay, wir lösen lieber auf. Da, da, da. 1, Rudolf Kunze gewesen. Dein ist mein ganzes Herz. Okay, Chris. Das war jetzt vielleicht ein bisschen heftig. Ich meine, nur dein meinte ich damit natürlich. Ist mein ganzes Herz. Du dein Ohr wieder rein, du dein Ohr raus. Gott, Leute. Ohr raus? Ohr raus. Achso, okay, alles klar. Ich bin nur 80. Ich bin nur 80. Finde ich gut. Wegen wir einen Punkt denn hin. Hier kommt, Chris, dein erster Song. Gib mir den nächsten. Keine Chance. Will machen den nächsten. Oh Gott, Leute. 80er Jahre ist nicht so da. Das wäre Männer von Grünemeyer gewesen. Das Spiel macht richtig, richtig Spaß. Oder? Wow. Ja. So bist du, nur du. Nee. Ich kenne die Texte halt nicht aus. Ist das ein deutscher Titel? Mach mal laut. Es wäre Modern Talking, Jumma, Hart, Jumma, Sol. Aber mehr als Jumma, Hart, Jumma, Sol kann ich halt auch nicht. Was? Matthias, gib du mal einen zum Beispiel. Wollte ich gerade sagen, das Problem ist. Matthias, dass du da nicht aufhörst. Wir haben nur noch eine Chance. Nämlich, dass Matthias Schweike vor uns rettet. Hier kannst du die Lautstärke einstellen, falls es dir zu laut ist. Hier, okay, ich mach das mal perfekt. Ohren raus, ja. Das sind übrigens die kleinsten Kopfhörer der Welt. Geht los. Ah ja. Mond? Ah okay, alles da. Spricht da irgendjemand mit dir oder so? Keine Chance, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja. Man muss auf den Ref warten, ja. Warte. Auf den Ref. Gleich jetzt kommt's. Achtung, pass auf. Jetzt kommt noch ein bisschen. Okay, okay, okay. Keine Chance. Sandra? Ist jetzt nur musikalischer Teil. Das ist die Bridge. Okay. 99. 99 Luftballons. Perfekt. Nein, Gott sei Dank. Sehr schön. Boah, Ehrenrettung. Aber da hast du keine Chance, weil wenn man den Text nicht kann, du hast recht, dann muss man auf den Ref warten. Es kam überhaupt gar kein Refrain. Vor allem, wie ist der Ref bei 99? Es ist ja nur... Ja, aber sie singen. Zwischendurch sehr viel, und es ist auch sehr viel instrumental. Ach so, wie du jetzt festgestellt hast. Da kann man die Luftgitarre rausholen. Na, wenn man sich mehr für die Wiedervereinigung interessiert, als für die Musik zu der damaligen Zeit, dann kann man das auch nicht wissen. Die 80er waren jetzt auch nicht so. Also ich bin derjenige, wenn die so 80er, 90er laufen auf der Tanzfläche, bin ich eher der, der... Der Tonic-Ding an der Bar steht. Zum Wipper. Da wippe ich eher so ein bisschen. Tanzt ihr eigentlich viel, Ruby und du? Seid ihr so Tänzer? Wenn ihr irgendwo eingeladen seid, tanzt ihr? Wir tanzen viel. Wir machen auch so ein bisschen, wir versuchen viel Standard-Tanz so zu machen. Wir machen das so alle 1-2 Wochen mal, nehmen wir so Tanzkurses, es macht Spaß. Nein, 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 nein. Keine Sorge, alles gut. Das ist interessant, das macht viel. Mit der Beziehung. Tanzen erzählt viel über die Dynamik in der Beziehung, ja, ist interessant. Ja, ich habe ja damals leider, ich habe ja bei der Tanzschule, ich war ja die Letzte, die aufgef... Also gar nicht aufgefordert wurde, ich blieb nur übrig mit einem anderen Mädchen. Und ich musste immer führen, deswegen kann ich nicht führen, das sagt sie lieber. Ich meine, ich kann nicht geführt werden. Wirklich, ja, das ist wirklich krass. Das ist irre. Und wenn du dann aber mit einer Frau zusammen bist, die einfach sich nicht führen lässt, dann stehst du halt da und denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Oh, Diskussion auf der Tasche. Ja, nee, nee, das ist nicht. Ich sage jetzt, wenn wir jetzt, also ich verstehe das. Wenn sie sagt, sie kann sich nicht führen lassen, dann ist das natürlich interessant. Was steht bei Spotify oder was immer du hörst, Streaming liest, was ist dein Song? Es gab ja so Jahresrückblicke. Ja. Was ist der Song, den du am meisten gehört hast? Das würde mir auch interessieren. Was im Kopf? Also, ja, wir bringen einen Song raus dieses Jahr. Also, nee, das darf ich noch gar nicht sagen. Wer ist denn wir? Oh Gott, nee, also pass auf, der Song, der Song, den ich am meisten gehört habe dieses Jahr, ich habe keine Ahnung. Also, ich höre einfach sehr viel durcheinander. Aber es gibt jetzt nicht so, kann ich dir nicht sagen. Aber Rap und so, ist es so die Richtung, oder welche, ist es eher Pop? Kann ich dir wirklich nicht sagen. Was? Jazz, du bist ein vielseitiger Mensch, offensichtlich. Aber so oder so, wenn ich richtig zugehört, ab dem 21.12. Girl, you know it's true. Und weil du richtig zugehört hast, ist es richtig, dass es am 21. Dezember kommt, und zwar Girl, you know it's true. Du hast ja gerade gesagt. Inse Kinos. Ja, toll. Inse Kinos, da freuen wir uns sehr drauf mit Matthias Schweighöfer als Frank Faria. Am 21. Dezember. So, schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen, dann könnt ihr die hier gucken, oder ihr abonniert einfach unseren Kanal, oder könnt noch am allerbesten links unten klicken, oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.